so ein sonniger tag jetzt gleich los nach basel jetzt kommt wahrscheinlich noch die jasmin mein schatz mir kurz ein kuss zu geben ich hoffe sie schafft es auch zeitlich weil ich muss eigentlich auch schon los ja dann geht es dann geht es rund der django ist oben der arme sache sind gepackt gopro sachen am start jetzt hier im auto geht es gleich los hier drin ist verdammt warm erst mal gleich lüftet und krieg ich schweiß aus blut des todes waiting for connection jetzt geht es auf nach basel leider kommt die frau nicht mehr das wird zeitlich alles knapp aber so ich bin angekommen jetzt hier bei oma und opa da oben wohnt sie äh bei oma und papa aber ich weiß noch das ist richtig cool und 4k qualität besser wie das handy was ist das kamera und das bild ist so krass ja da hören wir doch toll aber jetzt das ist doch cool das ist richtig cool ich feier das ja gut ja gut lorach city milka ok deswegen gehe ich hier mit der gopro unterwegs und dad in lorach city ist es dann auch live übertragung oder nimmst nur auf das ist auch direkt live verbinden mit dem handy kannst du auch verbinden kannst du direkt aufs handy laden alles ich meine das ist dann live das luhtuch bis die lütschmache ne das kannst du zusammenschneiden und so gibt es ah ok ah je hier naja komm habe ich richtig nicht auf ein bier ja haben sie eine karte nein nein wir haben noch was denke ich nehme Pilz Pilz ja nehme ich auch Pilz ja ha 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 prutscht ha 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 das ist gut ich mag mal ja steiner das ist besser wie auf jeden fall ähm klasse ja ein Stückchen bier drei bier getrunken ein paar steiner ja jetzt gehen wir dann jetzt gehen wir dann hier jetzt gehen wir was essen habe ich gehört ja ich habe auch hunger ja ich habe jetzt Hunger naja Burger Mittag und Müsli das war's da brauchen wir jetzt eine Maske da gehen wir rein Losta Loster Losteria La Osteria Pizza La Osteria es geht auch Pasta und Salate aber ich will die Pizza weil das ist eine geile Pizza die sollte lange nicht mehr sein ja das stimmt dann gehen wir doch mal rein vielleicht sollte man den Teaschnupfer heute noch nie sieht ein bisschen ein bisschen drackiger aus hier aber man muss sich einfach so fest also jetzt kann man irgendwie besser ist es besser ist es ich habe Hunger ich freue mich Aperitifs du kannst ja bestimmt die Sachen kaufen hier Öl jetzt ein schönes Bier das ist gleich eine Riesenpizza ich brauche probate hier heftig heftig eine Riesenpizza und dazu natürlich das Bier ich gönne mir jetzt heftig hier ein kurzes Update richtig richtig lecker richtig scharfes Öl und Bier so Pizza verspalt der Himmel ist ziemlich grau so dass es noch regnet aber egal das war sehr lecker mal 4p das war echt sehr lecker irgendeinen edlen Tropfen hier trocken halbtrocken trocken trocken ich trinke immer nur halbtrocken meistens hier gibt es keine halbtrocken hier gibt es keine halbtrocken ich dachte Peter ist da heim hm ja gell wo war er weiter gehts auf der Tour durch Lörrach achso ich bin dokumentiert hier nicht bis getrunken und so Hör Oma was sagst du dazu das nimmt auf ein Bier geht klar hier der große Stein der weltbegrünte Stein ja 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 Partyservice da geht jetzt was so ganz schön dicker Baum hier jetzt wird gekocht Fisch und Spinat Tomaten ein bisschen drittel viertel und dann mit dem Saugerschap alles zusammen der funktioniert nicht mehr richtig die Hänse hin geschlagen du Eieieiei Chick Wolfgang Herndorf Kennen Sie das? Ich auch nicht sehr interessant sehr interessant da ist echt was oder Figur und Hände und und weil es von beiden aus wie so eine geschmierte Wand also Klecks genau dann bin ich noch dran was du ist immer nicht that's art you know juhu meistens klingel ich bei der Oma weiß ich was eh nicht ja stimmt oh hier ist schön kühl ich bin grad so am spitzen guten Tag Frau Kehlz was sagen Sie dazu? ja es ist gut bin ich jetzt verschrocken bin ich jetzt verschrocken wir sind wieder zurück dass einmal so ein junger Mann kommt und sorry Oma sorry du bist mein Schatz du auch aber hast du gemerkt bin ich schon wieder nass ich bin schon wieder komplett nass geschwitzt immer am schwitzen dieser Kehlz wie soll ich schneiden? Würfelringe? das soll nur in Ringe also halbiert so halbieren und so halb bringen genau um das hier eine kleine Würde musst du vielleicht das hier nicht das ist jetzt nicht mehr schlafen so lange bin ich vielleicht schon was gibt das? ja nein das ist ja du das kann manche ja und das sind ja äh äh Patrick, welchen Teller soll ich mal ein bisschen? ja die Mude ja Schupever die Tiefe ähm aber ist egal und dann einfach Gemäsebrühe und das wird dann drunter mit dem Sekt und dann ja 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 mit dem Schmand das ist noch wichtig mh Frau Kehlz Sie freuen sich auf das Essen bitte? Sie freuen sich auf das Essen ja ich auch und Sie auch? ja ich freue mich sehr ich habe auch Hunger mh macht leicht mh das riecht sehr sehr lecker davon riech ich auch sieben mal der ganze spinat ist da drinnen lag sich da drin zwiebeln knoglauch die gemüsebrühe mit weisswein oder schnapplasser sekt ja weisswein die deuten geld man sekt aber man kann nur weisswein geschmack film könnte das ist immer oder geruch lasst euch schmecken einen guten appetit jetzt haben wir hier eine tomaten millionensuppe eisgekühlt mit himbeeressig abgeschmeckt und chili scharf das klingt aber verdammt lecker so haben wir gut gespeist wenn man den bauch rausdrücke ja der ist auch hart das zählt nicht ganz so auf wiedersehen gut los geht die reise ich habe das käs von dir vergessen so jetzt so wieder auf der heimreise schön war es jetzt geht es auf die autobahn so da sind wir wieder zu hause mit weißwein und käse